Hallo zusammen, ich bin Myriam, ich liebe Fashion und genau darum bin ich für Philips Beauty, die ja einer der Hauptpartner vom Elite Model Look Switzerland ist. Hi and welcome to the host study for this important event, Lima, Peru. I'm Myriam Jäger and this is Yuki Ota. Good evening ladies and gentlemen. Welcome to Lausanne. Welcome to the trophy of the CEO of Danaudor. Good evening ladies and gentlemen. Welcome to Lausanne and welcome to this year's golden rings awards. I'm Myriam Jäger and I'm truly honored to be here. The cities will actually be given 25 minutes each to make its final presentation efforts, explaining why each city is a valid candidate. Then the IOC will begin the procedure of validation. You're in Lausanne. Tell me, how does it feel? Well Ash, it is definitely a little bit tense here. I mean, but that's normal. You know, they both want to win this bid tonight, obviously. And they did also have their final presentations this afternoon. So who have you got with you Myriam? Indeed Ash, I have Elisa Confortolo, a short track speed skater from Italy with me and Aaron Lindstrom, a Paralympic skier. You both are, well, that's your applause right there. Very cool. You both are very young athletes that, you know, could possibly compete in the Games 2026. Aaron, how much more motivated would you be to actually qualify for the Games if Sweden wins that bid tonight? Six trophées are distributed each year. One for each of the five continents and one at world level. Six trophées are distributed each year. One for each of the five continents and one at world level. And we have a little surprise for Ms. Boba Zoma. Because, in fact, I met them this morning already and she told me that she really wanted to take the chocolate and the Swiss cheese in Africa. Ladies and gentlemen, we're going to proceed with the Americas. And continue with LaMarie. I'll look at her in, because I'm going to win today for Philips Beauty and win today. That would be nice. How would you react if you wouldn't win? Cassandra, do you have a plan for your shooting? Are you nervous? Dave Dolez! Hello, hi. Hello, hi. Hello, hi. Herzlich willkommen bei Promitive Drive. Schön bestand. Thank you so much. Leck. Also, ich begrüsse mich. Heuiger Knecht, du bist immer noch extrem trainiert. Neben mir sitzt jetzt der wohl bekannteste Schlafverteidiger der Schweiz. Ich meine, da braucht es natürlich so einen Namen wie dich, oder? Was sind das für Sugen? Treffend Social Media. Also, dein Instagram sieht schön aus, du hast auch viele Fans. Abwehren. Nina, wir sehen dich doch ab und zu mal nackt. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge meiner verrückten Fussballwelt. Das Golf der Woche ist und wurde der Schweiz organisiert, hat das Mandat übernommen. Es gab recht viele Änderungen, unter anderem die zwei Hubs. Stunden Weltrekord. Matthias Brändle hat den Rekord einmal gehalten. über dreieinhalb Monate. Und ich hatte die Ehre, mit dem Dreieplatzierten vom gestrigen Prolog zu sprechen. Matthias, du hast letztes Herz. Jeder Athlete hat den Rekord hat einen Traum, um ein Olympian zu werden. Um zu qualifizieren für die Olympischen Spiele. Um zu sein Teil davon. Aber warum? Warum? Du hast so gemacht. Du hast so gemacht. Wir können uns nicht warten. Du hast so gemacht. Du hast so gemacht. Und von mir hier in Lausanne. Ich werde euch die schöne Bilder von der Italiener Delegation befreien. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.